Hallo liebe Freunde vom Kanal pvp ok herzlichst gegrüßt als hintergrund bild verwende ich oder als video verwende ich jetzt mal hier die webcam aus den usa um euch mal bisschen etwas zu erzählen und zwar betrifft das unsere lieben abonnenten und unsere lieben zuschauer und da möchte ich grundsätzlich erst einmal recht herzlichen dank sagen an alle die sich bei dem video was ich rausgebracht hatte als ich hilfe von der community benötigt habe die anzahl der mir geantwortet haben und kommentare gegeben haben das war ja umwerfend damit hätte ich also fast nicht gerechnet muss ich ganz ehrlich sagen ich war also sehr beeindruckt und da zeigt sich doch wieder mal dass ich wirklich eine sehr sehr gute community habe die also nicht nur videos anschaut sondern nein die einen auch hilft wenn man mal hilfe benötigt und das finde ich super super toll von euch und dafür tausend dank als nächstes weiß ich nicht ob euch das schon aufgefallen ist in meinen letzten videos gibt es also keine werbeunterbrechungen oder werbeeinblendungen weder vorne in der mitte noch hinten ich habe also die monetarisierung herausgenommen schon seit den letzten ich sage jetzt mal 78 videos eventuell denn ich sehe es nicht ein dass ich hier meinen kanal für werbezwecke freigebe weil ich habe nichts davon also und warum sollen andere auf meinem kanal kostenlos werbung machen sehe ich nicht ein das könnte sich vielleicht einmal ändern wenn ich entsprechend viele abonnenten habe dann könnte sich das vielleicht einmal tragen aber bis dahin glaube ich ja ich wahrscheinlich kein youtube mehr machen weil 2000 abonnenten oder mehr welche mit sicherheit nicht zusammen bekommen das ist für mich eigentlich erklärbar denn da muss man schon hervorragende videos über war thunder bringen und info material bringen um so einen großen stamm zu bekommen also ich schmink mir das mal ab macht aber nichts ist egal ich mache es ja aus spaß an der freut und mit welcher dem geld das war mal das eine so und jetzt zum letzten punkt ich werde vom 29 9 2017 bis einschließlich 2 10 2017 nicht hier sein und werde auch keinen laptop dabei haben ich befinde mich also hier bei einem etwas größeren vereins treffen und da habe ich also keine zeit irgendwelche videos anzuschauen kommentare zu schreiben likes zu vergeben das bedeutet wenn ich von am dritten zehnten meinen pc hier wieder einschalte wird mit sicherheit das postfach überquillen von mitteilungen über eingegangene oder hochgeladenen videos und so weiter ich werde von oben anfangen und die maus bis nach unten durchziehen alles markieren und dann nicht kopieren sondern löschen denn es ist so ich habe also am tag mindestens um die 15 20 video eingänge und das könnte dann einmal auf drei oder dreieinhalb tage hoch rechnen was da zusammenkommt es ist also zeitlich ein ding der unmöglichkeit die ganzen videos im nachgang anzuschauen also wundert euch nicht wenn zwischen dem 29 und also 29 9 bis zum zweiten oder dritten zehnten von mir keine kommentare unter euren videos sein werden und auch keine likes von mir da sein werden es ist einfach nicht machbar und in der zeit wo ich dort bei dieser versammlung bin habe ich keine zeit und muse da irgendwie etwas anschauen zu können selbst wenn ich ein laptop dabei hätte 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 ich gar keine zeit dazu ja das wollte ich euch einfach sagen das für euch zur information und dann sage ich holt rio das soll es gewesen sein bis zum nächsten video ich wünsche euch allen viel spaß noch eine schöne zeit in euren eigenen spielen und ja was ab das nächste video kommt bestimmt und tschüss leute macht's gut und noch mal herzlichsten dank an euch alle tschau tschau euer pvp ok